Willkommen Leute, hier ist Gonzo. Ich habe gerade ein neues Spiel gestartet. Assassin's Creed 4 Black Flag. Das wird mein neues Let's Play Projekt. Und zwar blind, obwohl es schon ein halbes Jahr alt ist, mindestens. Sie haben uns! Kannst du sie sehen? An die Kanonen! Der Schlehrmann ist tot! Nimm jemand das Ruder! Kenway! Geh ans Ruder, verdammt! Kenway, der Name kommt mir schon sehr bekannt vor. Du bist tot, Kenway! Du musst das Steuer übernehmen! Wir prallen zusammen! Steuer nehmen! Da geht sie direkt in die Schiffsschlacht rein. Schiffsschlacht. Um ihre Kanonen abzufeuern, halten sie L2 und bewegen sie R zum Zielen. Drücken sie dann auf R2, um zu schießen. Schießen sie für maximalen Schaden auf den Rumpf. Okay. Muss ich mir gut merken. Muss ich mir gut merken. Zielen. Auch zielen. Also bewegen und schießen. So. Ah, ja! Das ist gar nicht so einfach. Ob ich das Schiff immer noch steuern kann? Gebt ihr eine gute Breitseite! Feindliche Verstärkung kippen! Oh, ja! Runter! Wie geht man denn nun mal runter? Feindliches Feuer! Mach euch vorbei! Ach so, ja! Viereck! Viereck gedrückt lassen, um in Deckung zu gehen. Gut. Ich hab das in Assassin's Creed 3 schon gespielt. Diese ganzen Schiffsschlachten. Wir versenken sie! Die waren schon verdammt geil! Wolltet gern schwimmen, hä? Weitere feindliche Segel! Oh, da kommt ja eine riesige Fregatte an. Und ich meine damit keine Frau. Feuer! Runter auf den Grund! Runter auf den Grund! Schreibt mir ruhig in die Comments. Aufschrei, Sexismus, bla bla. Schlachtschiff! Ich mach's nicht besser. Feuer! Einmal voll rein. Ich hoffe, ich hab voll getroffen. Bereit zu feuern! Wir sind bereit, Sir! Necken bis zum Schiff! Okay, links oben scheint meine Lebensleiste zu sein. Meine Schiffsleiste. Ich kann schneller fahren. Necken bis zum Schiff! Ja! Ja! Schön drauf! Denkst du, oh nein! der Kahn dieses schnuckelige Brot geht jetzt unter das Magazin es explodiert löscht die Flammen wach schon du räudiger Hund ist es gefährlich Edward die Freibäuterei ist es gefährlich wäre ja sonst nicht so gut bezahlt warum gehst du nicht zur Royal Navy du kriegst sicheres Geld segelst mit Gentlemen ich pfeife auf diese Gentlemen für jeden Schilling den ich verdiene bekommt der Captain 600 so verdient man kein Vermögen wir brauchen kein Vermögen es geht nicht ums brauchen Caroline ich will essen das mich nicht krank macht ich will Wände die den Wind abhalten ein angenehmes Leben wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibäutern wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibäutern ein Jahr schätze ich höchstens zwei also gut nicht mehr als zwei versprich es kann man sich gar nicht vorstellen dass Menschen mal so leben mussten jetzt das Ufer erreichen es erinnert mich doch direkt wieder an mit dem Tomb Raider jetzt muss ich das schwere Wort schon wieder sagen Tomb so gehts schneller mit R2 sieht ja ganz schön aus eine Tropeninsel oder eine Küste ich denke ich direkt wieder an ein Fluchstück hier rieb ich ich denke ich direkt wieder an ein Fluchstück war es für dich auch so gut Havanna ich muss nach Havanna dann baue ich uns schnell ein neues Schiff oder ich bezahle dich ist es nicht das worum es euch Piraten geht 100 Eskudos sprich weiter hilfst du oder nicht du hast dieses Gold nicht dabei oder verfluchtes Piratenpack verfluchtes Piratenpack Dich hole ich mir Früchtchen ich fand jetzt die Zähne ein bisschen zu weiß Perlweiß jetzt doch für Freibäuter das war ein schlechter Anfang ich fand den Witz gut Hält sich jeder für einen Kritiker ich weiß jetzt gar nicht wo ich hin muss ahja es gab ja immer eine Lauftaste das macht Assassin's Creed so schön halt mal hey hey was ist naja ich hab's auf Band ihr habt's alle gesehen das ist doch nicht möglich jetzt hört's wieder auf das probiere ich jetzt nochmal kommt Leute das ist strahlender Sonnenschein und und nein diesmal bleibt's es glaubt mir dann nachher kein Mensch dann suche ich doch mal den Assassinen kann springen kann springen sieht auf der PS4 richtig schön aus ihr seht das jetzt natürlich nicht weil ich benutze die Aufnahmefähigkeit der PS4 und was nicht allzu leistungsfähig ist ich bin mal gespannt wie das aussieht wenn ich mal irgendwann ein richtiges Aufnahmegerät habe da hat der Kerl direkt schon solche solche Kletterfähigkeiten ohne ein Assassiner zu sein das hat mich von Anfang an ein bisschen skeptisch gemacht so eine neue Figur der Typ ist gar keiner kein Assassine und wird dann plötzlich einer es wird hundert Meilen oder mehr nach Havanna willst du den ganzen Weg laufen früher gehörte immer so ein Training dazu die Leute wurden darauf trainiert Assassinen zu sein ob ich weiterhin Assassinen sagen soll oder Assassins Assassinen das ist doch schrecklich bleiben wir einfach dabei Assassinen Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich langlaufe Aber das ist auf der Karte So ein Adlersymbol Was für gewöhnlich heißt Dass ich eine Aussichtsplattform finde Hast du gut gemacht Wo er sich überall dran festhalten kann Seile und Balken und alles Kommt schon gut, passt alles schön zusammen Ich muss dahin, wo die Vogelkacke ist Okay, noch vorwärts laufen und springen Ich habe jedes Mal Angst, dass das schief geht Und irgendwann Beim zweiten Teil Oder Assassin's Creed 3 Irgendwann ist es tatsächlich passiert Und der springt einfach in den Tod Neben den Heuhaufen, zack Aber ich musste so sehr lachen Da war das gar nicht mehr schlimm Wir könnten uns zusammentun Ah, da kam dieser Adlerschrei Oder Falkenschrei Wo muss ich lang? Ich habe nicht aufgepasst Muss ich da irgendwo rüber? Oh, war das knapp Der normale Mensch hätte sich voll den Kopf aufgeschlagen Bleibt mir vom Leib Töten Jetzt ist das Ziel töten Dafür hat er extra seine Mütze wieder angezogen Dann kann er auch schießen Nein Oh Mann Ja Das ist sehr ärgerlich Passiert aber öfters Dass er eine andere Aktion macht Ich werde einfach mal die Aufnahme speichern Und nochmal versuchen Ihn außer Gefecht zu setzen Es ist natürlich so Dass die Charaktere immer mehr können Oh Mann Der ist schon zu weit voraus Wegen beim Speichern Mann Die Charaktere können ja immer mehr Und nicht weniger Also man kann ja nicht Einen Charakter etablieren Der wächst auf Lernt neue Fähigkeiten Und dann kommt der nächste Charakter Und der kann auch immer weniger Sondern das geht schon nahtlos über Und dieser Charakter kann natürlich alles Was die Charaktere vorher konnten Das ist rein Gameplay-Technik Und macht aber in der Story halt wenig Sinn Alter Tja, ihr seht mir jetzt Die restliche Viertelstunde zu Wie ich versuche Über diesen Wasserfall zu springen Desynchronisiert Würde ich sagen Auf geht's Vielleicht habe ich auch Jetzt einfach nicht aufgepasst Wo Er drüber springt Verkacke deswegen Die ganze Zeit Nö Nö Der hüpft einfach rüber Komplett 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 Jetzt hätte ich gern so weiße Markierungen Wie bei Tomb Raider Wo ich einfach Blind irgendwo langlaufen kann Der wird nicht müde Der läuft einfach weiter Jedes Mal Da macht er Ah Da oben Hängt er sich an die Liane Oh Mann Natürlich Wenn man Zeit hat Zuzugucken Während man langläuft Weiß man auch wie Schöne Umgebung ist das Ja 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 So leicht ging das? Mr. Duncan Walpole Ich nehme euer großzügiges Angebot an Und erwarte eure Ankunft mit Spannung So ihr tatsächlichen Besitz der gewünschten Informationen seid Werden wir euch großzügig belohnen Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist Werde ich glaube ich das Kostüm wiedererkennen Für das euer geheime Orden so berühmt ist Also kommt zügig nach Havana Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder Zum Glück hat er vermerkt, dass er sein Gesicht nicht kennt Ich finde es aber trotzdem fragwürdig, dass er einfach mal so einen Assassinen tötet Dieser Schoner sollte ausreichen Hier bin ich im Sperrgebiet Wer will mich denn nicht hier haben Und wo finde ich denn jetzt bitte schön hier Vogelkacke Um die Aussicht zu synchronisieren Ich sehe auf dem Foto einen Adler Ach, auf meiner Karte Auf meinem Google Maps unten Links Ich gehe nie in die Karibik ohne mein Google Oh Mann Angst hier runter zu fallen Aber so scheint das zu gehen Hier bin ich richtig Das hätte er jetzt auch nicht von weiter unten machen können Das sieht mir aus wie ein sicherer Todessprung So Jetzt vergesse ich jedes Mal die Lauftaste zu drücken Der Kommodore ist auf dem Weg nach Kingston Wir sollen das Schiff dieses Schurken übernehmen und folgen Verzeiht, Kingston? Nein, nein, unser Reiseziel ist Havana Ich bin nur ein Händler Schweig, du dreckiger Pirat Du wirst hängen für deine Schandtaten Sir, ich hatte nichts mit dem Angriff zu tun Meine Crew und ich gingen nur vor Anker, um Vorräte aufzufrischen Muss ich jetzt darüber und den Synchronsprecher von Michael J. Fox befreien? Stopp sie! Hallo? Gut, ich dachte schon, ich hätte verloren Es ist scheinbar nur ein Tutorial Bereiche mit dichter Vegetation können als Anpirschzonen genutzt werden Sie können sich darin verstecken und unbemerkt bewegen Nutzen Sie sie, um sich ihre Ziele in Heimlichkeit zu verändern Nicht zu nähern Es hat in Teil 3 schon nicht gut geklappt Ja, okay, direkt verkackt Sofort verkackt Oh, nee Irgendwer hat doch da geschossen Hier muss doch einer mit einer Waffe sein Der ist aber geschickt, der Junge Das wird jetzt aber knapp Nein! Oh Dann halt nochmal Ich sag ja, es ist blind Muss ich jetzt nochmal synchronisieren? Nee, es ist weiß Gut, ich muss nicht nochmal synchronisieren Direkt ab ins Wasser Und ja Der Kommodore ist auf dem Weg nach Kingston Wir sollen das Schiff dieses Schurken übernehmen und folgen Verzeiht, Kingston? Nein, nein, unser Reiseziel ist Tavanna Ich bin nur ein Händler Schweig, du unter anderem Du wirst hängen für deine Schandtaten Oder er hat auch bei Sherlock Holmes von Robert Downey Jr. Den Standish gesprochen Ich mein Standish hieß der Ist er jetzt schon weg? Wo soll ich denn? Wie soll ich denn denn überhaupt? Und so War der jetzt schon abgehauen? Bevor ich hier ankam Man, ich muss besser meine Umgebung untersuchen Und nicht auf die Aufnahmezeit gucken Während ich mich in einem Kampf befinde Okay, es läuft jetzt aber auch alles hier Rein Buttonmecher mäßig ab Da leert nach Gut, ich hab ihn befreit Wo ist er? Oh, Schildkröten Das ist ja klasse Huckt euch das mal an Herrlich Das ist ja geil Dass sie das hier eingebaut haben Schildkröten Nehmt meinen Zucker Nehmt alles, was ihr wollt Nehmt meinen Zucker Ich weiß gar nicht, wer das spricht Das ist doch scheißegal, Mann Schildkröten Guck dich dir an Ach ja, da wird man wieder zum Kind Ich zahle auch Okay, suche ich mal Alter Alter, komm her Guck dir die Schildkröten an Hast du das gesehen? Schildkröten Bei Gottes Gnade, Sir Ich danke euch Ich bin euch ewig dankbar Ist das deins? Es ist mein Schoner Doch Hier liegt mein armer Kapitän Und ich habe kein Talent fürs Segeln Ich kann ein Schiff führen Keine Sorge Ihr habt doch nicht vor Es mir abzunehmen, oder? Ich bin dankbar Wie heißt du, Freund? Steed Steed Bonnet Nun, Meister Bonnet Das muss jetzt unter uns bleiben Ich reise im Geheimauftrag Von seiner Majestät Dem König Gott schütze ihn Und muss unverzüglich Havanna erreichen Ach, das höre ich gern, Sir Havanna ist auch das Ziel Meiner Reise Wir haben denselben Weg Dann sind wir verbündet Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir Dabei hielt ich euch erst Für einen Piraten, als ich euch sah Ach, was? Ja Ihr habt einige Unkonventionelle Verhaltensweisen Schnell und leicht Wenn ich das sagen darf Das hat mich erschreckt Aber Bedenkt man alles? Dann ist es doch ein Recht erbaulicher Tag geworden Meint ihr nicht? Ob ich es ihnen stutzig gemacht habe Dass ich angefangen habe Die Leute wegzumetzeln Ohne eine Ruderboot Werden wir wohl zum Schiff schwimmen müssen Da gibt es wohl Schlimmeres Kann ich eigentlich Leute schon plündern? Ach, die sind weg Alle weg Dann werde ich wohl einfach Oh, da war doch was Irgendwas Ist das anstrengend Hätte ich doch den Mantel ausgezogen Interagieren Das nenne ich weiter Schatzkarten Bei Leichen Das lese ich mir andermal vor Äh, mir Ich lese es mir dann vor Ähm Ja Okay Okay Sieht das so aus wie das hier? Bin ich da schon richtig? Oder muss ich da noch blöd suchen gehen? Aber ich muss mir auch noch überlegen Wie ich das Let's Play eigentlich nenne Weil das Hessen's Creed 4 Black Flag Ist schon extrem lang Und wenn ich dann noch ein Let's Play vorne dran setze Das wird zu viel Könnte es das hier gewesen sein? Könnte hier ein Schatz sein Graben Ja Ich hab doch gesagt Ich kann Karten lesen Ha Geil Euch hab ich's gezeigt Genau Euch Die ihr meine Let's Plays geguckt habt Und an mir gezweifelt habt Dass ich keine Karten lesen kann Und so Dann nochmal schnell Richtung Strand Werden mir noch andere Sachen angezeigt Noch ein Kistchen Ah Da fällt mir ein Wenn die Dinger so am Leuchten sind Heißt das ja Ich bin im Animus Aber wer ist im Animus? Ich hab jetzt noch gar keine Vorgeschichte gesehen Das erwartet uns vielleicht das nächste Mal Wir müssen erstmal zum Schiff rüber Wir genießen noch ein bisschen die herrliche Aussicht Ich geh auch extra langsam Und beende hier meinen Part Meinen ersten Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Und ich kann mir noch ein Screenshot aussuchen Okay dann Lasst mir Kommentare da Wenn es euch gefallen hat Wenn es euch nicht gefallen hat auch Daumen Ihr wisst schon Dann bis zum nächsten Mal Ciao ciao Euer Gonzo Bis zum nächsten Mal